Hey! Klickt uns nicht weg, habt ihr verstanden? Ah, Bullshit, ihr habt ja recht. Klickt weiter, macht doch. Warte, 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 hast du sie noch alle? Was? Hab ich nicht gerade gesagt, nicht wegklicken? Ja, das hast du, aber hey, die Leute haben zu tun, die haben doch keine Zeit, die wollen sich was Cooles ansehen, die... Nee, nur Spaß, nicht überspringen. Bleibt dran und hört drauf, was der Boss sagt. Pass auf. Tut mir leid. Das ist der kleine Clown, der Freund von meiner Schwester. Der ist so winzig wie ein Schlumpf. Vielleicht will er in eure Familie. Ich weiß genau, was er will. Du willst den Hammer? Dann sollst du den Hammer haben. Okay, das reicht, ist ja eklig. Einem Kopf auf den Sack gehen. Keine gute Idee. Zeig mir, dass du sie verdient hast. Und wie soll ich das anstellen? Du kommst mit auf ein Ride-Along. Ride-Along. Wie läuft's? Mir ist heute der Teufel in Gestalt eines Kindes erschienen. Was geht ab, kleiner Mann? Was geht ab, kleiner Mann? Wie groß bist du? Höchstens 1,20. Ja, aber weißt du, was ich machen werde? Wachsen. Was willst du machen? Dich strecken? Hey! Ab 24. April im Kino. Geht in Ride-Along, Bitches. Geht rein.